Das ist doch... Das ist doch... Schmäge die, oder? Warum? Klar. Wieso auch nicht, ne? Oh, YouTube-Mitteilung. Oh, Livestream. Ah, ha. Eil. Ehre. Oh, Flairgang. Schmeckt doch oder nicht? Was sagt ihr dazu? Nee, nee, das... Cut ich gleich raus, Herr. Capi. Ich glaube, man hört euch nicht mal. Das ist doch besser so. Das ist doch so, wenn du jetzt rausgehst, Junge. Ja, ist doch deine Schuld. Du musst halt in Party immer erlauben oder nicht erlauben. Also ist halt... So. Lose-Lose-Situation bei dir gerade. Warte mal kurz. Genau. Warum... ...bewege ich mich, obwohl ich nicht mal was mache? Ist mein Controller jetzt auch schon kaputt, oder was? Natalia, du kannst mal raten, was bei mir ist. Nein. Hä? René? Wie kann denn... Natalia, wie können denn bei dem Bot sein, wenn er selber einer ist? Ach, wann. Hast du mich gerade beleidigt? Mensch. Das fände ich aber... Das fände ich jetzt nicht okay. Ich hab gesagt, ihr ist ein Hai, du kriegst. Hallo, nicht beleidigen. War nicht beleidigend, Alter. Die Wahrheit. Ja, genau. Ich komm mal, ne? Ich komm mal mit Helikopter. ich bin immer ein zu hause drin mein spaß kommt mit chopper okay leute bei mir sind gegner ich zieh da mal durch aber noch der andere ist auch noch hey macht er mein heli kaputt natalia junge friste heim ein loot auf ehrenlos ich warte ich warte hä wo ist der typ ah ja da unten ist er ja mein gott wo ja ok dann halt nicht ich bin schon leidig ok jetzt aber warum bringen sie in der wasser sie sind ja das wasser das geht doch wieder weg ja ich weiß natalia kommen ich habe angst hallo rené kommst du da oh mein ich hab ein bg ich hab mir kohl auch auch auf jeden fall auch a grey oak ey hau ab, ey ja klar nimmt er die starke doch hund, alter hütter oh, Snippemool ja, ok ja, hier, komm, hier, 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 hier jünger, alter, wenn du stirbst, dann kommt auch der ganze Loot, man oh, so ein jahle zu droppen oh ok komm rein ok, ich baue hier einen Einer auf ah ah ich habe gerade einen und bin mit Natalia und habe einen aus dem Helikopter gezogen ich war nicht im Helikopter, aber er ist geflogen ok, ja mein ey, jetzt guck mal auf die Karte ja, ich weiß 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 der ist noch ein anderer Chopper ja, der gehört eh wie warte, ich tue fixe den ich sehe nicht, wie geht den ok ich will jetzt nicht save gleich hier rüber fliegen ich habe gerade komplett geflaced und bin da drüber gespielt geil, oder? sehr krank, ne? ne ne unge ja warum gibt es das Spiel? warum ich kann in den Helikopter nicht rein dieses Spiel ist viel zu scheiße nur ein Spiel ja, ich weiß natürlich, er ist der beste Spieler der ganzen Welt in meinem Arschrank ich komme mal zum Runder Schick der Frau Schick so irgendwie wo kommen wir erst am Alter geil ach man wenn er ist ein Helikopter ja, aber der ist bisschen kaputt, na? und scheiße nein das ist nicht wahr er ist ab ach man ach Junge komm jetzt schreien das ist freulich oh mein Gott, wenn ich das überleben sollte, na? oh mein Gott, ich muss runter, aus dem Heli raus, gleich oh mein Gott unser One-Shot unser One-Shot und raus aus dem Heli geil Ehrenmann Heli ich bin schon draußen, Alter hol dir einen Dreizeig bei der Korallen drei drei zacken fortnets täglicher Heikop wow, hier heißt eine fortnets YouTuberin Kuschel ja 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 ja